Hallo allerseits, bitte aktualisieren Sie mich mit den neuesten Informationen. Fans und Promi-Kollegen amüsieren sich über Michael Wendler und Laura Müller. Nun zieht auch Pietro Lombardi nach. Michael Wendler kommt einfach nicht zur Ruhe. Seit Oliver Poche ihn öffentlich durch den Kakao zieht, parodieren auch viele Fans den Schlagerstar. Das will der 47-Jährige sich jedoch nicht gefallen lassen. Er erstattete bereits Anzeige gegen den Komiker. Das hält Olli allerdings nicht davon ab, weitere Videos unter dem Hashtag Raute Wendler Challenge hochzuladen. Nun zieht auch Pietro Lombardi nach und macht sich in seiner Instagram-Story über Michael Wendler lustig. In einem Video, das mittlerweile nicht mehr auf dem Account vom Wendler zu sehen ist, schwärmt er in den höchsten Tönen von seinen Fans und reagiert anschließend ganz überrascht, als er die laufende Kamera sieht. In seiner Sonnenbrille spiegelt sich jedoch sein eigener Arm mit dem Handy in der Hand. Er hat den Clip selbst aufgenommen. Pietro teilt in seiner Instagram-Story ein ähnliches Video, in dem er Michael parodiert. Dazu markiert er den Account von Oliver Pocher, damit dieser sich ebenfalls darüber amüsieren kann. Er ist jedoch nicht der einzige Promi, der derzeit über den sie liebten DJ-Star und seine Freundin lacht. Danke fürs Zuhören. Tschüss.